Dass ich jetzt nur hier tatsächlich Kopf-Aken-Haus-Lösung Okay, ich denke da, wie alles Okay, ich denke da, wie alles Nur für Premium-Witzglieder Muss ich mal schauen Okay, das würde ich erstmal zurückstellen Und Schauen, was es sonst noch so gibt Kann ich das wieder entfernen? Okay Zumindest nicht so einfach Okay, das muss ich mir auf jeden Fall Okay Das ist doch was zu tun Aber die könnten doch Reduzier-Seifen Ein paar zumindest Reduzierungen Ja Da sind auf jeden Fall ein paar Reduzierungen mit dabei Das ist gut zu wissen Das sind ja auch Ja Das sind ja auch Das sind ja auch Ja Und jetzt sind ja auch Drei Zwei 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 bei den Sleepy Perfumes-Düfte, die Sie träumen lassen. Wie kann ich Ihnen denn helfen? Haben Sie sich denn schon einen Duft ausgesucht? Ja. Ich glaube, ich weiß welchen ich meine. Das ist der von Yves Saint Laurent. Geben Sie mir eine Sekunde. Dann schaue ich kurz nach. Das ist der Libre Intense. Der ist ein bisschen dunkler. Den sehe ich hier und den haben wir sogar im Angebot. Haben Sie sich schon überlegt, welche Größe Sie gerne hätten? Genau, bei 50 Milliliter und bei 90 Milliliter sind es 44 Prozent, die Sie sparen. Den 50 Milliliter. Das sind anstelle von 120 Euro nur 67, 46 bei uns. Klingt das gut? Sehr schön. Ja, ich kann gerne mal schauen. Das ist in der Basisnote Amber, Toncarbone und Vanille. In der Herznote Jasmin, Orange und Orchidee. Und in der Kopfnote Bergamotte, Lavendel und Mandarine. Also eher ein fruchtiger Duft, der aber auch eine gewisse Schwere und Intensität und Wärme mitbringt. Ich persönlich mag intensive Dufte immer lieber, aber das ist Geschmackssache. Genau, bei uns steht auch Blumig, Warmer, Diva, Lavendel aus der Provence unterstreicht ihre individuelle Weiblichkeit. Der wilde Orchideen-Akkord ist besonders verführerisch. Er passt perfekt zu der ledrigen Ambergesnote, den chronikartigen Facetten der marokkanischen Orangenblüte und dem sanft glühenden Vanille-Amber-Akkord. Wer tiefer in der Basisnote verleiht, ein süchtig machende Nachhine. Also es ist auf jeden Fall ein Duft, der im Gedächtnis bleibt. Der soll es einmal sein. Sehr gerne. Darf es noch etwas dazu sein? Das ist alles. Sie kennen den Duft schon, oder? Das merkt man. Haben Sie zufälligerweise eine Kundennummer für mich? Dann geht das ganz schnell. Geben Sie mir doch mal die Zahlen durch. Drei, sechs und die neun in der Bahnhofstraße. Wunderbar. Dann ist das tatsächlich schon alles, was ich von Ihnen brauche. Die Lieferzeit beträgt zwei bis zwei Werktage. Und ich wünsche Ihnen ganz viel Spaß mit Ihrem neuen, aber bekannten Duft. Vielen Dank für Ihren Anruf. Bis dann. Tschüss. Das war wirklich eine sehr schöne Duftbeschreibung. Das war wirklich eine sehr schöne Duft. Aber wie viele Leute sind so immer auch hier, was ich jetzt noch nicht? Und dann ist das etwas zu sein. Ich komme dir vor's, was ich sie an. Da Wollte ich schon wieder ruhig drauf drauf haben, aber erst mal. Hallo und herzlich willkommen bei den Sleepy Perfumes. Düfte, die Sie träumen lassen. Wie kann ich Ihnen denn helfen? Mhm. Ja, von Essage war das. Hm, das haben Sie im Katalog gesehen, ja. Das habe ich auch hier gerade offen. Das ist das DIN PURPLE. Ja, hier steht, den Auftakt bilden fruchtige und zittrische Rosen, die in das florale Herz aus lila-schwert-linie und rosen. Den Abschluss bilden warme Hölzer sowie Moschus, die an beruhigende und goldene Strandabende erinnern. Da bekommt man gleich Lust auf Urlaub. Auf einen warmen Sommerurlaub oder mit Meer, was im Hintergrund rauscht und die Sonne langsam im Meer versinkt. Das finde ich ist eine sehr gute Wahl. Und ich sehe auch, wir haben ein Geschenkset, wenn Sie das möchten. Da bekommen Sie eine Bodylotion mit 50ml gratis dazu. Wie klingt das? Genau, gerade wenn man im Urlaub unterwegs ist und man nicht immer Öffer tragen möchte, kann man sich einfach ein bisschen Lotion auf die Hand geben und riecht trotzdem perfekt. Sollte das einmal sein? Das sind 30ml Spray und 50ml Bodylotion für einen Setpreis zu 58,50. Da bekommst du ja auch eine ganz, ganz schöne Geschenkbox mit dazu. Also falls es sich vielleicht auch um ein Geschenk handelt, kann ich das sehr empfehlen. Sieht sehr hochwertig aus. Ja, ich kann mal schauen. In der Basisnote haben wir Holz, Moschus, Ambra und Zedernholz. In der Herznote kommt dann die Rose, die Spergelie und Mahonial. Und in der Kopfnote ist es die Bergamotte, Birne und Bitterorange. Insgesamt ist die Duftrichtung flohfruchtig, aber auch floral. Also eine gute Kombination aus beidem. Sehr gerne. Dann füge ich das einmal hinzu. Haben Sie darüber hinaus noch Wünsche? Mhm. Da schaue ich mal, was ich Ihnen empfehlen kann. Eher ein günstigeres Produkt oder etwas hochpreisiger? Wie sind das Ihre Vorstellungen? Zum Ausprobieren erstmal was günstiges. Sehr gerne. Dann schauen wir doch mal, was wir da haben. Da kann ich Ihnen ein Produkt empfehlen, was wir gerade auch im Angebot haben. Für 7,71 Euro. 30 Milliliter. Das ist, glaube ich, eine gute Größe, um das mal auszuprobieren. Dabei handelt es sich um ein Serum, ein Squalane-Serum von Revolution. Night Restore Oil. Es handelt sich dabei um eine verbindende Formel mit Nachtkerzenöl oder Wendelöl, aber eben auch Squalane. Das klingt nach dem perfekten Produkt zum Ausprobieren. Sehr gerne. Haben Sie darüber hinaus noch einen Wunsch? Hört mal nicht. Dann freue ich mich, dass ich Ihnen helfen konnte. Haben Sie denn schon mal bei uns bestellt? Kein Problem. Dann bräuchte ich aber einmal Ihre Daten. Sie sind auch in der Straße. Sieben? Mhm. Okay. Ihre Adresse da habe ich. Dann würde ich Ihnen noch einen Kumpel noch mal zuweisen. Ganz so schnell. Der Versand ist für Sie kostenlos. Und ich würde Ihnen noch, wenn das in Ordnung ist, würde ich Ihnen noch einen Katalog beilegen. Sehr gerne. Dann habe ich alles von Ihnen, was ich brauche. Versand dauert so ungefähr ein bis zwei Tage. Und dann wünsche ich Ihnen ganz viel Spaß und Freude mit Ihrem Produkt. Danke für Ihren Anruf. Tschüss. Ich habe jetzt noch einen Punkt. Ich meine, das ist ein kleiner Punkt. Und da kommt der Punkt. Ja, das ist ja auch ein kleiner Punkt. Ich mache jetzt noch ein paar Minuten. Wenn ich jetzt noch ein bisschen nötige, dann komme ich hin. Ich habe hier noch einen Punkt. Ich mache hier noch einen Punkt. Ich mache jetzt noch einmal ein paar Minuten. Hallo und herzlich willkommen. Herzlich willkommen bei den Sleepy Perfumes. Düfte, die Sie träumen lassen. Wie kann ich Ihnen denn helfen? Ein Hernduft. Das ist nicht ungewöhnlich, aber tatsächlich haben wir häufiger Darmdüfte. Deswegen habe ich mich so gefreut, dass ich mal ein Hernduft raussuchen darf. Was für einen Duft haben Sie sich denn ausgesucht? Schau mal, ob wir den noch haben. Der schwarze. Der ist ein bisschen würziger. Mit der Basismote Moschus, Patchouli und Vertiva. Der Herznote Blüten, Pfeilchen und Elemi. Und den Kopfnoten Bergamotte, Limette, Muscatella, Salbei und Pfeffer. Ja, wir haben da auch gerade von Chanel im Angebot. Das kann ich Ihnen gerne mal zum Vergleich aussuchen. Das ist ein bisschen günstiger. Im Vergleich. Ich schau gerade mal. 10 Euro ungefähr, genau. Und das ist ein bisschen sinnlicher, ein bisschen wärmer, ein bisschen aromatischer. Es soll Chanel Bue sein. Ich glaube, dass das eine gute Wahl ist. Gerade wenn es ein Geschenk sein soll, glaube ich, dass damit sehr viele Männer etwas anfangen können. Darf es denn sonst noch etwas sein? Erstmal nicht. Dann brauche ich nur noch die Informationen von Ihnen. Ob Sie denn schon mal bei uns bestellt haben? Noch nicht. Kein Problem. Ich nehme gerne Ihre Daten auf. Einmal Name, Vorname bitte. Mit TT. Die Straße, 53. In der Postleitzahl. Darf ich Ihnen den aktuellen Katalog dazulegen? Das freut mich. Vielen Dank. Lieferzeit sind so ein bis zwei Werktage genau. Reicht das Ihnen noch? Wunderbar. Dann danke ich Ihnen vielmals für die Bestellung. Und hoffe, dass das Geschenk sehr gut ankommt. Dankeschön. Tschüss. Die Geschenk sehr gut auch. Und dann mit dazu Ich glaube, da wird es Ich glaube, da wird es Dann kommt es Ja Ich glaube, so kann das weg Sehr gut, dann muss ich noch ein Ich glaube, dass wir Arme stecken Das stimmt Das stimmt Ich finde sie Ich finde sie Wir sind Wir werden Die Stimme Okay. 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 It's really perfect. Okay. I'm ready. I don't want to spray that. Okay. I'll put it to the top. It's really lovely. And I'll put it away, if you're able to spray it next to my body. At my body, so you can see that in the middle of the tank. And I'll put it into my body. So, 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 so. Okay. 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute.